witwenrente steigt bei eigener geringerer altersrente mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid 24d das thema hinterbliebenen rente einkommensanrechnung bewegt ja wirklich ganz ganz viele menschen wir haben ja dazu auch schon entsprechende beiträge dieses jahr also anfang des jahres 2024 veröffentlicht auf youtube und jetzt haben wir eine anfrage rein bekommen was passiert denn eigentlich wenn ich wenn meine eigene rente nach erhalt meines lohnes deutlich geringer ist als mein lohn steigt dann meine witwenrente ja meine damen und herren das ist eine also dahinter steckt natürlich die frage habe ich anspruch dann auf eine höhere witwenrente wenn meine wenn meine eigene altersrente geringer ist als mein arbeitslohn ja die logik ist ja relativ eindeutig meine damen und herren wir haben in der einkommensanrechnung bei der witwen oder witwerrente oder erziehungsrente in bei diesen drei hinterbliebenen rentenarten gibt es eine einkommensanrechnung nach paragraf 97 sgb 6 bei der weisenrente gibt es das nicht mehr also da ist das weggefallen und da gibt es eine gewisse logik ja und die logik sagt uns je geringer mein eigenes einkommen ist neben der rente umso höher dürfte die witwenrente anfallen aber wir haben dort praktisch eine grenze wenn sich meine einkommensentwicklung innerhalb unterhalb des gesetzlichen einkommensfreibetrages bewegt und dieser errechnet sich aus dem 26,4 fachen multipliziert mit dem aktuellen rentenwert 37 60 dann liegen wir bei knapp 992 euro hinzu oder einkommensgrenze so wenn sich das wenn sich also meine einkommen meiner eigenen altersrente sozusagen unterhalb dieses dieses freibetrages bewegen dann ist es eh völlig wurscht dann findet keine einkommensanrechnung statt das ist völlig klar wenn aber meine altersrente bereinigt netto bereinigt höher ist als dieser freibetrag und diese ist diese altersrente ist deutlich geringer also zumindest 10 prozent geringer als zum beispiel das einkommen dann sollten sie bitte einen antrag stellen bei ihrer rentenversicherung und neu berechnung der witwenrente verlangen denn dann haben sie auch einen anspruch darauf dass hier die witwenrente neu berechnet wird wenn also die einkommensänderung zehn oder mehr prozent beträgt und das einkommen immer noch über dem entsprechenden freibetrag liegt dann sollten sie bei ihrer rentenversicherung hier entsprechende anträge stellen automatisch geht da erst mal gar nichts die automatik tritt dann meistens immer zum ersten siebten des folgejahres ein das wäre aber ich sag's jetzt mal vorsichtig ausgesprochen ein bisschen doof da verschenken sie sozusagen schon ein bisschen geld also weniger witwenrente hätten sie dann eine ganze zeit lang das kriegen sie natürlich dann rückwirkend erstattet auch das muss natürlich nicht sein also wie gesagt es gibt eine gesetzliche logik ja wird ihr einkommen was sie neben der witwenrente haben geringer und zwar mehr als zehn prozent dann bitte antrag stellen und neuberechnung der witwenrente verlangen ist ihr einkommen innerhalb der entsprechenden freigrenzen einkommensfreigrenzen des paragraf 97 sgb 6 dann spielt es keine rolle dann wird sowieso nichts angerechnet und deshalb sollten sie hier entsprechend reagieren bitte aber auch nicht vergessen es gibt es gibt unter bestimmten voraussetzungen bestimmte einkommensarten die nicht an die witwenrente angerechnet werden dürfen das sind die sogenannten altfälle nach paragraf 114 sgb 4 sozialgesetzbuch nummer 4 bitte dort mal reinschauen was damit gemeint ist im grundsatz werden bei diesen altfällen immer nur erwerbseinkommen und erwerbsersatzeinkommen angerechnet vermögenseinkommen oder einkommen aus vermietung und verpachtung betriebsrenten und so weiter da nicht aber nach neuem recht werden diese dinge auf jeden fall bei der witwenrente beim einkommen oder bei der witwerrente dann auch berücksichtigt näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel